Oh, 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 oh. Oh, boah, dass ich das gesehen habe, holy shit. Ja, ich muss bis morgen meine Internetrechnung bezahlen, sonst ist es tatsächlich weg. Aber Hauptsache, ich habe vor 20 Minuten so meinen Internetanbieter geblockt, weil er mich zu oft angerufen hat. Classic. Ich bezahle das mal kurz. Ich merke es immer schnell genug noch. Wirklich, ich merke es immer schnell genug. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020